This is what we have been working for. Ich meine, mein Partner, Luke. So. Ich bin halt leider nicht so einen veganen Terrorist wie du. Ja, das ist in mir schon bloß wie das andere, der immer noch zurück zum Ursprung kommt. Der hat sich sowas für selber geflasht. Das habe ich natürlich ausgenutzt. Fit. Ah, ja. Der muss sonst. Na komm. Ich habe nicht nur 20 Kapitänke. Jetzt sage ich ja schon, du bist wie der René und er hofft sich jetzt zurück zum Ursprung. Braschen wir mal schon. Das ist schade, das hätte man schon gewinnen können. Ja. Nein, warum? Wir können immer noch... Komm, Schott, 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 Schott. 3, 2, 1, go. Der ist im Pit. Ich habe ihn mal angekettet. Ah. Ah, schön. Beide haben sich schrottig gespielt. Ich bin gerade ein kleines Schwitzer gekommen. Nein, wir kriegen noch zwei Autoshot hingegen. Oh, da liegt er irgendwo. Ah, warte. Tödiger Lead zurück. Okay. Von der ist auf dem Spot. Von der ist auf dem Spot. Wow! Von der ist in der App-Stähne. Genau. Vielleicht ganz vorne links am Eck war, aber der ist jetzt halt weg. Das könnte man sagen. Nein. Von der ist jetzt gut ja. Von der ist jetzt zu los. Ah, da gibt es sogar Animationen für das, wenn du springst und nur mit den Schockgönnen gibst. Oh, nice. Now is the time. Ja, wie krass. Ey, die Swag7-Hit. Ist total. Hat sie da wieder einen Buff hingezündet, oder wie? Ich weiß es nicht. Warte ist Short, der wird jetzt gleich umdrehen. Ah, komm. Hey, die Swag7. Beide on-spot. Warte ist Short, noch nicht on-spot. Ich kann was auf mich. Ich bin mit der Waffe los. Ich bin mit der Waffe los. Boah. Ja, über was für eine Entfernung geht das? Der hat mich für lange aus mit einem Hatcher gekillt. Ich bin mit der Waffe los. Ich bin der erste nicht drauf. Ich bin schon cold. Oh der brennt. Der zweite auch noch. Hä, aber wieso sind die nicht weggegangen? Ja, ich glaube die waren geboostet. In der Smokery, also der Wackersmokery. Ja, das war ein Schwierig-Me-Modern-Attack. Oh fuck. Alles gut, bevor die Nade landet habe ich schon. Weißt du, ich wollte so, wie wenn du auch so eine Feder fallen lässt und bevor die Feder den Boden berührt, sind schon beide gestorben. Ah. Try hard, but what are you doing? Ah, jetzt. Report. Ah, die kriegen so einen Autoshot. Für das gibt es Wack7. Schwarz. Mhm. Beide. Oder noch einen Spot. Ah, er gibt die Müll wieder. Er ist im Eck drin gestanden. Okay. Hey. Das ist der gleiche, der die Pistole an der T-Seite schon gewonnen hat. Ja, der ist gut. Ich werde sagen, was er ist. Ich rufe dort das Fleisch gleich. Brot. Und ein scheiß Rassistischer. Komm, ich brauche sechs Schüsse bei dem Firm. Ja, ja. Äh, okay. Okay. Er ist im Boiler-Dun. Er ist schwarz. Ich höre Schnee. Ich weiß nicht, ob ich die so gut finde oder nicht. Schatz. Oh, nein. Wir haben den Schald durchsiegen. Oder noch nicht. Er ist in Ordnung. Er wollte durch den Smog durchkommen. Das Geile ist bei der Amp, dass du während dem Reloaden nochmal schießen kannst. Ja. Beide Shots, einen habe ich noch blind geholt. Ja, Streamy. Yeah, boy. Wir könnten einfach auf den Stand spielen, mit der M4 zum Beispiel. Let's go, everyone. Er ist für Pussis. Er hat bei mir Flank gepeakt, hat zwei Schüsse von der M4 gekriegt und ist wieder gar nicht. Ist ja geil, du musst einfach nur an der Smog auf die Shots tower und schauen, wenn sie jetzt abliegen. We are good to go. Throwing smoke. Intendiary. Na. Komm ohne mehr, Kid. Schockgang. Nein, ich auch. Schockgang. Ah, was die legte? Gute. Move it, move it. Smoke. Throwing smoke. Counterterrorist win. Oh, yeah. Ja. Das ist so lächerlich. Oh, komm mal, H. Nice. Schockt. Nein, Schockt. Hol den bitte. Ja, wenn man halt einen mit 15 Kills hat und einen mit 3 Kills, dann muss man nicht viel mehr. Oh, Dropo noch gekriegt. Da kann man schon an der Prank hinterher kommen.